Musik 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 . Musik Ich habe sogar noch ein Thema mitgebracht, aber komme ich später noch dazu. Es ist übrigens auch wieder Labymod, also ich habe eine Zeit lang kein Labymod benutzt. Ich habe keine Ahnung, warum, ich weiß es eigentlich nicht, aber ich benutze jetzt auch wieder Labymod. Weil keine Ahnung, viele haben in den Kommentaren geschrieben, ey, benutze doch Labymod. Sieht doch eigentlich viel besser aus, wenn du zum Beispiel blockiertest und so, haben sie ja nicht auch recht. Und das sieht auch wirklich eigentlich viel besser aus. Deswegen, auf jeden Fall benutze ich ja wieder Labymod. Und das Thema ist nämlich, und zwar, wer hat sich immer so gefragt, ey, Ente, warum? Warum, warum machst du keine Facecam? Weiß doch eh schon jeder, wie du aussiehst. Die Sache ist die, ohne Scheiß, ich habe einfach nur die größte Hartz-IV-Cam, die man sich vorstellen kann. Also meine Cam ist halt so eine 30 Euro Logitech, keine Ahnung, so eine richtige Dreckscam. Und ich habe ja bis jetzt, ohne Scheiß, ich hatte mal eine bessere Facecam, die ist kaputt gegangen. Ist ohne Scheiß so. Und seitdem habe ich mir nie wieder wirklich eine richtig gute Cam gekauft, weil ich irgendwie nie so gedacht habe, ja, ich will Facecam machen oder so. Ich hätte halt ohne Scheiß schon richtig Bock drauf, aber ich weiß ja nicht, für so eine, da brauchen wir auch noch eine Facecam, da brauchen wir halt noch eine... So, komm doch bitte mal runter. Komm runter, bitte. Komm runter. Komm runter. Warten Sie. Oh Gott, ich will, dass der runterkommt. Please. Als ob der jetzt TT bläst. Ist nicht sein Ernst. Komm doch bitte einfach runter, Mann. Ey, der Typ fuckt so ab. Ohne Scheiß. Skalos fuckt einfach durch, geht nur noch ab. Ey, please. Geh doch weg. Nicht sein Ernst. Als ob der auch noch... Als ob... Als ob... Das ist nicht sein Ernst. Please. Ich bin Fan, aber... Psst. Ey, als ob der Typ noch... Ey, ohne Scheiß. Ey. Der Typ fuckt mich so ab. Das glaubt ihr gar nicht, ne? Nein. Als ob. Ohne Scheiß. Den hole ich mir noch. Bitte, please. Nice. Sieht der mich? Ich weiß es nicht. Please, 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 please. Please, please. Nein. Als ob. Oh nein. Ich habe voll das Problem jetzt. Und unter mir ist der andere Typ. Nein. Geh doch weg. Nein. Als ob. Als ob. Als ob das Wasser weg geht. Warte. Aber den will ich noch töten. Der hat mich richtig abgefuckt. Als ob der es noch ins Wasser geschafft hat. Er hat nicht schon wieder so ein Fight. Ja. Ist er down? Nein, als ob. Ist er down? Nein, als ob der es wieder überlebt hat. Nein, der ist nicht down. Aber ich habe gehört, wir sind auch gleich so ein bisschen Rip. Also, ich will es jetzt nochmal anmerken oder so. Aber ich glaube, wir sind auch gleich ein bisschen tot. Bis gleich. Herzlich Willkommen in der nächsten... Äh, drei, zwei, eins. So, jetzt sind wir gleich in der nächsten Runde. Und zwar, warum mache ich keine Facecam? Also, wie gesagt, es wird dann echt ohne Scheiß immer so gesagt. Ey, weiß doch eh, wie du aussiehst. Es gibt mehrere Bilder von mir oder so. Keine Ahnung. Es gibt mein Insta-Bild. Wer das nicht weiß, folgt mir mal auf Instagram oder so. Also, es gibt Gamescom Vlogs. Da wurden ein paar jetzt gelöscht an sich. Aber ich bin da eigentlich voll oft irgendwo, wirklich irgendwo zu sehen. Was weiß ich, was. Und da sagt dann immer jeder so. Ey, weiß doch eh schon jeder, wie du aussiehst. Die Sache ist nur die. Wie gesagt, ich habe ohne Witz nur so eine Hard-Zack-Cam. Und das Problem ist einfach, ich brauche da noch eine Softbox. Und im Moment, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Und das Problem ist halt einfach, ich will ohne Scheiß voll gerne Facecam machen. Aber ich weiß nicht, ob es sich halt lohnt, wenn ich mir jetzt so eine Cam, eine Softbox und alles kaufe. Ob ich das dann halt so regelmäßig machen werde, weil so eine Facecam ist eigentlich übelst geil. Aber ohne Witz, wenn ich mich verlaufe, also ich habe früher mal mit so Cam, Skype so beim Zocken gemacht oder so mit Arocs, wer den noch kennt. Und ich habe da immer beim Zocken so richtig doof geguckt. Das war immer, nein. Nein, aber Facecam war halt schon nicht so schlecht. Und deswegen, also ich fände es übelst geil, aber ich wüsste halt nicht, ob ich es halt regelmäßig machen würde. Und ob es sich halt lohnen würde für mich, wenn ich halt den Facecam mache. Mir geht es halt nicht darum, dass ich mich irgendwie nicht zeige. Alter! Ich gewitte. Lohnt, weil ich glaube, da muss man schon ein bisschen eine teure Kamera kaufen. Weil, wie gesagt, ich habe halt nur so ein richtiges Drecksteil und mit dem könnte man sowas leider nicht machen. Mit dem kann ich gerade mal so Tastaturcam aufnehmen und der Rest geht halt einfach gar nicht. Deswegen, also, ich weiß es halt nicht so, wie ich das halt so machen könnte. Komm, sie, please. Ah, nein, stop, 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 stop. Ich habe noch mitgedrückt. Please, please, please. Ich bin Fan von dem, aber... Als ob da noch einer kommt! Geht doch weg, please. Oh nein, als ob der schon unten ist. Nein, geht doch nicht auf mich. Warten Sie. So. So, und damit ihr. Und tschüss. Auf jeden Fall halt Facecam, wie gesagt, hätte ich halt mega Bock drauf. Aber halt, ob ich das halt so regelmäßig machen würde und so, ich weiß es halt wirklich nicht, ob sich das halt für mich lohnen würde. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr mal wirklich so Bock auf Facecam habt oder halt Enden, Facecam und so. Weil, keine Ahnung, ich weiß es ja nicht, kann ja auch irgendwie sein, dass es euch eigentlich gar nicht jucken würde, wenn ich Facecam machen würde oder so. Wie gesagt, ich habe halt mit auf Insta und so. Da, 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 da. Jetzt wollen wir schauen, das wäre mal noch was in der Runde reißen, weil einfach ohne Witz das Gameplay oder so. Ich habe die ganze Zeit, einfach die ganze Zeit richtig gefällt. Ich weiß auch nicht, was mit mir los war. Keine Ahnung, wie gesagt, ich bin natürlich wirklich eingespielt. Ich habe ohne Scheiß davor, wie, eine Rude Kuski oder so gespielt und mehr nicht. Und deswegen, nee, ich muss echt ohne Scheiß wieder mehr zocken im Moment. Ging das halt wirklich ein bisschen schlecht, aber jetzt habe ich ja Ferien im Moment noch. Da geht es noch einigermaßen. So, 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 so. Rüber. Geh wir gleich zu dem Typ da rüber, please. Please. Ohne Scheiß, wenn der jetzt so Pistoff hat. Okay, okay, das können wir schaffen. Komm her. Nein, nein, stopp. Peace. Geh da nicht hoch. Nein, bau da nicht zu. Nein, ich liebe dich. Nein, tu es nicht. Tu es nicht. Baut dich nicht weg. Ich sage es dir. Und tschüss. Okay, der ist schon mal weg. Dann gehen wir mit. Komm. Und tschüss. Der ist auch weg. Und wo ist der nächste? Scheiß Handy. Scheiß geil. Warten Sie. Da ist der nächste Typ. Ähm. Ist der auch schon geloetzt alles? Ich hoffe nicht. Handy kurz weg. Sorry. Warten Sie. Hier ist dann noch Healpots drin, die man brauchen kann. Okay, dann ist gut. Wollen wir jetzt mal ganz kurz da rüber. So. Zack. Zack. Ich hoffe, dass ich keinen Fastball-Schweller mache. Sonst rip. Enter. Hallo. So. Hä, wo ist der Typ jetzt? Als ob der sich da unten versteckt. Hä, warum macht der das? Hä, ist der doof? Warte mal. Hä, was hat der da gemacht? Hä? Was wollte der da? Hä? Ich muss es nicht verstehen. Keine Ahnung. Egal. Bauen wir jetzt mal ganz kurz zu dem rüber. Warten Sie. Okay. Wieso? Okay, der baut sich auch hoch gleich. Aber ich glaube, dass er keine Schneeballer und eine Rotte hat. Das war schlecht. Okay. Co-Apps. Hä, was will er jetzt machen? Okay, der wartet auf mich. Ich habe theoretisch besser. Rüstung. Ich spring rein. Komm, please, please, please. Nein. Als ob der Feuer schmeißt hat. Was? Egal, der ist tot. Er ist tot. Er ist tot. Er ist tot. Er ist tot. Ich habe was einmal. Hä, wo bist du? Ohne Scheiß. Solche Leute. Nein. Die fucken mich richtig in Sky Wars ab. Und Sky Wars ist doch ein richtiger Abfucker-Modus geworden mittlerweile. Aber wenn ich einfach wüsste, wo er ist, wäre er halt nicht so schlecht, ne? Wo bist du? Wo bist du? Where are you now? Wo bist du? Wo bist du, Peter? Wo? Sag mal, wo? Als ob der einfach nicht kommt. Please. Hey, fuck mich doch nicht ab. Ah, doch, ich habe einen Kompass. Ich bin so doof. Ohne Scheiß. Was ist mit mir los? Heute geht einfach gar nichts. Und ich merke einfach nicht, dass ich einen Kompass habe. Ich stehe halt alles noch hier rum. Und warte die ganze Zeit. Keine Ahnung. Ey, nee, der Typ. Keine Ahnung, was mit dem los ist. Wo ist der jetzt? Der ist da hinten irgendwo auf einer Insel. Aber please. Ist der wahrscheinlich da unten noch in dem Raum oder so? Ich habe keine Ahnung. Okay, der ist da wahrscheinlich auf der Insel. Hä, hat der das? Okay, das wird so ein richtiger Abfahrgegner, wie so das Gefühl. Hä, war hier die Leiter? Nee. Hä, wo war die Leiter? Na, wir bauen uns einfach mal rum. Ah, da war die Leiter. Der hat es einfach zugebaut. Okay. Der dürfte hier unten sein. Hä? Als ob der hier auch nicht ist. Wo ist der? Hä? Ist es diese... Hä? Was macht der? Ach, da hinten ist der! Ach, als ob der das da macht. Ach, der macht so einen Abfahrtfalle wahrscheinlich. Ich habe den einfach mit dem Potion geschlagen. Als ob der noch lebt. Nee, der ist tot. Endlich ist er tot. Also Leute. Pexel ist raus. Schreibt mal die Kommentare, ob ihr Bock auf hinten fährt. Wie gesagt, ich weiß halt nicht, ob es sich ja lohnt, wenn ich mir halt so den Kauf und das nicht so regelmäßig machen würde. Deswegen, schreibt es in die Kommentare, lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Pexel ist raus. Bis dann und ciao. Bis dann. 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 Bis dann.